Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 zurück in die Master League. Heute im PvP. Hoffentlich diesmal ohne Cannon Rush. Ich weiß gar nicht, ob man gegen den Cannon Rush besser eine andere Wall baut. Aber wir sollten auf jeden Fall nicht so spielen, als wenn wir gegen den Cannon spielen. Dann müsste ich auch mit Forge eröffnen und so. Ich glaube, das wäre nicht so klug, zumal das ja ein ganz anderer Gegner ist als beim letzten Mal. So, was haben wir denn hier? Nämlich ein ganz normales Gateway. Kein Gas, ein Gas. Ich klaue mal so ein Gas. Das ist mir hier wahrscheinlich zu einer frühen Echse. Oh, wir haben hier nicht das Gas geklaut. Nein! Du sollst, einer soll hier raus und den zweiten Gate bauen. So, wenn er will, kann er jetzt hier versuchen zu Echsen. Wird ich ihm jetzt tatsächlich nicht sofort strahlich machen. Ja, kommen wir nochmal raus, kriegen wir hin. Wahrscheinlich blockt er mich jetzt. Ja, hätte er machen sollen. Wäre schlau gewesen tatsächlich. Bleib du mal jetzt draußen bitte. Ich bin Stalker Stalker. Okay. Oho, wo hinterher? Ah, Duffelstalker. Okay. Das war eigentlich ganz gut zu wissen. So, es ist möglich. Äh, das ist doof hier. Ah, er hat eine Robo gespielt, haben wir gesehen. Mach's dann mit. Es war relativ spät, aber machen wir trotzdem so. So. Jetzt tun wir einmal hier so ein Ding. Wäre eigentlich ganz gut, wenn ich wüsste, was da so stattfindet in der Gegnerbase, bevor ich meine erste Einheit aus dem Stargate bauere. Aber das, ähm, ist leider nicht der Fall. Was haben wir denn hier? Baut aus der Robo was. Ah, der steht vorne. Das sieht alles ziemlich normal aus. Ja, der hat auch alles gesehen. Weiß genauestens was da ist. Wir sind bei zwei Gate. Ich würde das jetzt mal gerne erhöhen wollen demnächst. Oh, in der Wahrscheinlichkeit stehen hier gleich Stalker, weil er weiß ja alles. Oh, es kommt mit. Teleportation erfolgreich. Oh, das wäre auch nett gewesen. Sehe ich ihn hier noch? Ne. Ja. Da ist er. Ah, shit. Aber natürlich jetzt nicht unbedingt, dass er das sofort sieht. Habe ich eine Twilight-Kanzel gebaut? Naja. Die haben wir. Wir haben nicht genügend Mineralien. Wir haben nicht genügend Mineralien. Wir haben nicht genügend Mineralien. So, hier haben wir. Und die haben wir. N-Arrolin reich egal. Unsere Schicksale sind verblendend. Die Prämpfessionen erfolgreich. Ich verstehe. Es ist nicht mehr Quillsucht für uns. Der Weg ist klar. Probeslide wäre mir natürlich lieber. Warte rein! Schnell! Nicht nur einen. Ja gut, immerhin drei. Die macht mir jetzt gerade ein bisschen Angst, dass wir gar nicht so richtig wissen, wo seine Armee ist. Ich verstehe, wie er es ist. Schlau, ne? gut dass er seine Welt geschickt hat App-Link ein Leben für Ajoa sehr gut Lift und dauert das immer so lange noch keine dritte und hier geht's 0-0-1 viele Stalker immer noch das ist das beste Pleiblock das heißt wir sollten mal hier ein paar spielen warum joint ihr nicht joint euch warum hab ich so wenig ich hab viel zu wenig Gates aber ich hatte doch gerade neue gebaut die sind aber noch nicht in der Partie immer diese awkward fighting positions Gates klappt aus wir brauchen euch mein Leben für Ajoa die Verschweitzung ist ein Leben für Ajoa die Verschweitzung ist ein Leben für Ajoa die Verschweitzung ist für Ajoa ein Leben für Ajoa das ist wichtig nicht nur ein Leben für Ajoa das ist möglich die Verschweitzung ist jetzt kann ich fast max mit einheiten die ich leider nicht so dringend haben will ich kann es nicht so dringend sein ich kann es nicht so dringend sein ich kann es nicht so dringend sein gg naja war so mittelmäßig würde ich sagen aber wir nähern uns immer wieder den master bereich aber wir werden da natürlich nicht reinkommen wir kennen das ganze oh es geht aber schnell weiter ich habe euch jetzt gefallen habe ich schon beim nächsten video vorbei hier oben geht es euch vorher klicken und jetzt aus dem turnier und euch einen schönen tag macht's gut tschüss